Wenn man Ramadan-Fasten nachholt, kann man den Tag einfach ohne Grund aufhören zu fasten? Nein. Wenn du Ramadan nachholst, dann holst du ein Pflichtfasten nach. Und wenn du Pflichtfasten nachholst, dann ist das Pflicht. Und beim Pflichtfasten kannst du nicht so einfach das Fasten brechen. Das geht nicht. Du kannst nicht jetzt einfach Ramadan sagen, okay, ich habe gefastet, jetzt nehme ich Wasser. Da gibt es sowas nicht bei Pflichtwasser, weil das eine Pflichtanbetung ist.